jetzt kommt es wieder auf meinem kanal wir machen heute endlich mal wieder ein live video in der sneaker sap heute kommt nämlich der nike sakai die waffel raus drei neue color weight color weight war sehr schwer los drei neue color weight ich habe ja hier schon den grünen damals bei sns gewonnen und ich finde das modell mittlerweile mega krass und deswegen stürzen wir uns heute darauf und ich würde sagen um 9 uhr geht es jetzt los und wir tragen uns gleich ein so wie immer ist jetzt hier die sneaker sap auf der rechten seite und wir gucken uns jetzt mal die schuhe an die rauskommt und zwar ist einmal hier der die waffel pine green ist ja ein ziemlich bunter mix aus paar farben ich finde dieses pink halt bisschen weiß nicht also man muss es halt geil kombinieren können aber das grün und das gelb und das orange das match hat echt mehr gut alles zusammen ich finde den halt wirklich somit am besten von allen die anderen kann man auch halt geil kombinieren ist ein bisschen langweilig ich finde gerade farben bei dem modell echt mega geil ja das wäre der erste ich kann man echt vorstellen dass man bei dem boot nicht eine bessere chance hat weil den echt nicht so viele leute feiern aber ich würde den halt genauso tragen so dann kommt hier noch etwas schlechtere color weight raus hauptsächlich weiß und grau kann man auch mega geil kombinieren und ballert auch gerade mit dem orange nike logo noch mal und dann der der wahrscheinlich mit am beliebtesten ist der schwarze color weight ist auch schlicht und einfach und jetzt geht die auslösung auch schon gleich los kann man auf jeden fall nichts falsch machen wird wenn man das modell mag das sind die drei modelle hier und ich würde sagen jetzt tragen uns endlich ein let's go so fangen wir wunden mal an ich nehme wie immer eine 43 ich will den auf jeden fall personal haben so erste eingabe ist drin machen wir die zweite gleich hinterher auch wieder 43 so zweites auch drin und die letzte so ich habe jetzt bei allen teilgenommen ich hoffe man sieht das jetzt hier genau und ich werde mich jetzt noch bei einem zweiten gerät damit eintragen ich habe da eben eine andere adresse und eine unterschiedliche zahlungsmethode und deswegen sollte es auf jeden fall auch klar gehen und ich würde sagen wir sehen uns dann wieder wenn das ganze ausgelost wird ich hoffe echt dass ich den kriege weil ich will wirklich wenn dann alle personal haben mal schauen was das wird ich wünsche euch auf jeden fall viel glück so jetzt ist die zeit hier abgelaufen ich hoffe das wird jetzt hier ein dickes weh so jetzt heißt es wieder warten mal gucken was das wird alle so ist jetzt zwei minuten nach ende ich gehe jetzt mal schon mal auf die app auf keiner sein dass schon irgendwas ist oh mein gott nein nein jo alter ich weiß nicht kann man sehen sieht man das oh scheiße man sieht alter ich hab den nein ich hab den weißen nicht bekommen auch Leute was ist denn mit der camelschie los ich rast komplett aus was ist denn hier passiert nein noch ein L noch ein L fuck was ist denn hier ich rast komplett aus scheiße man ich Jungs stopp ich muss die kamer jetzt mal einstecken Digga was ist denn hier jetzt passiert Digga die cam fokussier doch mal hier also den hab ich nicht bekommen aber Freunde ich hab gerade ohne scheiß den schwarzen gekriegt da gekauft Freunde gönnt euch das ich weiß nicht ob man es jetzt irgendwie sieht ich hab den schwarzen bekommen das ist der erste live copy geil Mann geil Digga ja Mann ja wuhu alter no more else take the wheel motherfuckers sku sku nyanaka alter wie geil ist das denn ohne scheiß Junge so Freunde so muss das aussehen alter wow geil Mann wow geil richtig geil ich freu mich echt mega ich werd den so fett rocken alter geil Mann richtig geil wow alter geil ey unnormal ey richtig geil Alter feier ich Bro würd ich genauso tragen no front so ich bin mal gespannt was die ganzen Reference jetzt noch sagen wenn ich da noch irgendwas gewinne dann kann ich das hier noch mit rein ich bin auch gespannt was meine Kollegen jetzt alle so bekommen haben wenn einer von euch den bunten noch verkauft alter kommt in meine DMs ich will den wirklich haben Digi ähm vielleicht hab ich den pinken bekommen ich hab noch keine Benachrichtigung bekommen aber ähm hab ich für dich extra 43 aber sonst hab ich überall aber GG Digga du kriegst alles ich find das zu witzig und gönn dir das so was Grüße gehen raus an Thiago der größte Ehre Mann äh danke dass du es für mich probiert hast und vor allem dass du gönnst und das auch so ne Message an alle äh gönnt einfach mal ohne Scheiß ihr müsst gönnen Jungs euch wird gegönnt wenn ihr gönnt also nur mal so ne kleine Message am Rande und äh Thiago wie gesagt danke ähm ich verlinke dein Instagram mal hier so von meinen Leuten hat er jetzt eben nur Diego noch einen bekommen also Scholler geht raus an Diego alle anderen haben soweit ich weiß ein L gezogen also echt ziemlich krass dass der so limitiert war deswegen umso geiler dass ich jetzt wirklich einen bekommen hab ich guck mal wie ich mir den bunten noch organisiere auf jeden Fall wird dann zu dem Schuh ein Unboxing und ein Review kommen also freut euch drauf und ich hoffe dass es einige von euch einen W gezogen haben ansonsten folgt mir auf Instagram da könnt ihr das gerne mal auf jeden Fall nochmal den Highlight sehen und haut rein und bis zum nächsten Video auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall